Wir sind nun eine Gebietskirche, die Gebietskirche Westdeutschland. Wir haben uns dann schon gefragt, wer sind denn die Apostel, die wir jetzt auch neu dazubekommen haben. Damit ihr alle Apostel kennenlernt, führen wir heute Interviews zu den Beiträgen. Nun stehen wir hier mit Apostel Walter Schor und er betreut den Apostelbereich Nord. Apostel, zu dem Video, was wir gerade gesehen haben, dort waren verschiedene Körperteile und am Ende kam heraus, wie das Zusammenspiel funktioniert. Was wäre denn dein persönlicher Favorit der Körperteile? Mein persönlicher Favorit wäre meine rechte Hand, weil mit der rechten Hand kann ich jemanden ganz verbindlich begrüßen, mit der rechten Hand kann ich jemandem ein Geschenk überreichen und wenn ich mit der rechten Hand die linke nehme, kann ich die Hände falten zum Gebet. Sehr schön. Apostel, wie schaffst du es denn in deiner Amtstätigkeit oder in deinem Alltag, dass alle Körperteile, also Amtsträger, die Gemeinde zum Beispiel, zusammen funktionieren? Ich bin der Überzeugung, wenn sich alles nach dem Haupt ausrichtet, dann gibt es nicht nur ein Zusammenarbeiten, sondern dann gibt es ein höchstmögliches Maß an Harmonie und Miteinander. Danke Apostel, du bist wer.